Vielleicht haben die gar kein MIP oder... ... 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 scheiße... ... ey hier sind welche Jungs... ... und... ... scheiße man... ... Junge der jagt mich... ... ey einer von uns ist down... ... ey jo das ist nicht witzig... ... grad hier... ... ich hab keine Waffen... ... nein... ... Drecks... ... jo einen hab ich... ... nimm meine Krone Jungs schnell... ... aber passt auf... ... eine ist gefährlich Alter... ... ich hab sogar mit der blauen Waffe auf sie geschossen... ... keine Wirkung... ... verdammte Wurst... ... Mann bin ich schlecht geworden... ... Alter... ... ja... ... moin... ... äh... ... Gysenach... ... und... ... du... ... vorliegen... ... ist noch am Leben... ... ey... ... so kann ich dich nicht... ... bei dir zugucken... ... ich kann nur den anderen beiden zugucken... ... achso... ... du bist ja tot... ... jaaa... ... Junge... ... hast du es jetzt gemerkt... ... mhm... ... ey... ... das war echt los... ... aber ich... ... wie ist es... ... 2... ... oder 1 Kill gemacht... ... mhm... ... ich bin nicht ganz umsonst gestorben... ... der Gegner hat meine Krone sich verleibt... ... scheiße... ... ja... ... jetzt muss man den jagen... ... mhm... ... geht nicht anders... ... aber der ist gefährlich... ... der hat Nose genommen... ... naja... ... wieder... ... verdreint... ... joo... ... stark alter... ... von Pro League... ... sehr... ... stabil... ... aber ey... ... der hätte jetzt ihn umbringen müssen... ... man... ... das krabbelte davon... ... ja... ... nicht dass er geheilt hat... ... oh shit... ... aber auch mal direkt ab... ... und... ... ja... ... das tut man... ... der war schon dabei... ... oh nein... ... komm Bruder... ... ich schnappe die Krone... ... er lässt die Krone da liegen... ... oh mein... ... ja... ... ja... ... moin... ... wahrscheinlich keine Krone sammler... ... woher kommt diese... ... schüttelige Mokabarien... ... mhm... ... Bro... ... 2-Mex... ... wow... ... so mit dir doch... ... GG's... ... er hat uns nur geärgert... ... haha... ... Digger... ... meinst du er gibt die Krone... ... nachher wieder... ... haha... ... wenn er sich belebt... ... will ich schon... ... weil... ... der Bessere soll die behalten... ... er hat sich die verdient... ... aber Digger... ... wie viele Teams sind da... ... bitteschön gelandet... ... Juuu... ... der hat aber gut weggeballert... ... war beinah... ... die hat mich von... ... ge... ... aber gleich... ... da ist noch dieser Nose... ... in dem... ... Juuu... ... Alter... ... Stabil... ... ey... ... Proli geht hier richtig ab... ... Alter... ... der ist echt stabil... ... unterwegs... ... mhm... ... ja die haben da den... ... Sniper liegen lassen... ... sheesh... ... Griezmann oder wie der heißt... ... der hat auch... ... einen kill schon... ... er hat auch diesen Dings... ... der Venom-Skin... ... Alter... ... der sieht schon... ... krass aus... ... finde ich... ... Stabil... ... überlebt... ... erst mal ruhig... ... mit gleich... ... ein paar Waffen... ... Alter... ... aber... ... dieser... ... eine... ... kommt... ... Proli... ... vielen Dank... ... Jungs... ... thank you... ... und Mädels... ... hehehe... ... hehehe... ... he... ... so... ... erstmal Waffen-Clown... ... zack zack zack... ... fuck... ... hier ist nix mehr... ... ich hab ihm alles... ... weggelootet... ... naja ich hab mir... ... ein paar Sachen geholt... ... äh... ... boah... ... Digger... ... Wunderbar... ... ich hab schon... ... eine blaue Waffe... ... wo sind die anderen... ... gestorben eigentlich... ... warte mal... ... Digger... ... hier liegt ja gar... ... kein Blut... ... was ist die los... ... sonst... ... muss doch bei der Bühne... ... mal gucken... ... aber ich bin auch... ... nicht sicher... ... ey... ... hier liegt ja eine Waffe... ... Scheiße... ... Junge... ... kein Lüb... ... keins... ... wollen mich hier verarschen... ... boah... ... ja die wollen... ... zer-zrapp... ... boah... ... waren hier Polen-Aktiv... ... boah... ... ... Junge... ... ... hat der Milizierung... ... irgendwas... ... ey... ... sogar der Automat ist alle... ... what the heck... ... die wollen mich wirklich verarschen... ... ja... ... das ist bloß mit den anderen... ... egal... ... wir müssen weiter... ... ich kann nicht mehr chillen... ... wir müssen ins Krisen-Bereich rein... ... ein Krisen-Bereich rein... ... ein Krisen-Bereich geht schon nach vorne... ... warte... ... warte... ... warte... ... ich folge ihm... ... dem Bre... ... shit... ... ich halte dir den Rücken frei... ... Bro... ... schnell... ... leckere ich selber... ... Mensch... ... ich halte dir... ... ich halte dir... ... schicke... Das wird schon verpasst. Junge, was macht ihr jetzt kaputt? Willst du noch mit Kissen oder? Ich habe es vergessen. Ui, nice. Junge, ich hatte schon alles alleine. Nee, der hätte eine blaue Waffe gedrückt. Wunderbar. Vielen Dank, Bruder. Ich spür doch deine Popelnahne. Das ist gar kein Sniper, oder? Ich will mich verarschen. Das ist eine Freiche. Wie schnell denn da, Jungs? Was habt ihr jetzt für einen Auftrag? Okay. Ich brauche bessere Waffen, Alter. Sonst bin ich auch bei blauen. Ich bin mal eine blaue. Eine weiße Farbe. Aber vorhin hatte ich eine krasse Runde. Ich habe einmal gespielt und direkt gewonnen mit allen. Wir haben direkt abrasiert. Das ist ein gutes Team, Alter. Das ist voll. Ja, dein hat uns am Ende gerettet. Und ich habe den Kill am Ende geholt. Aber wie ich den geholt war, war lustig. Der ist am Ende von der Decke zu mir runter und ich habe ihn direkt weggeballert. Mit der Goldene. Pass auf. Pass auf, wir sind ein Gegner. Wir sind mit Salzfügen gekommen. Scheiße, warte mal. Ja, aber die Jungs, wir müssen ein bisschen mehr zusammenbleiben. Wenn ich mir gleich die Party abgebe. Zieh zu, Junge. Briss. Ja, eine geile Waffe. Tschüss. Tschüss. Oh, Bro. Jo, tschüss, Dreck. Jo, der kriegt mir nicht mehr Weg, man. Bro. Das ist doch nicht nur einer. Verdammt, was. Egal, ich kann heute nicht mehr treffen, oder was ist das los? Was? Dann schießen wir daneben. Das ist kritische Masse. Kritische, kritische. So, mal gucken. Jo. Warte, habt ihr den Bord schon gekillt? Ey, das war doch nicht ein Gegner worden. Warte, ey. Das ist sehr komisch. Das ist mehr als komisch. Ein einziger Dings. Ja, der markiert irgendwas. Jo, schuldig. Jungs, wo seid ihr? Ey, ich hab irgendeine Kamera kaputt geschießen, ne? Weißt du das? Nee. Aber ich sind die Gegnerin, wo bin ich hier? Ey, das ist eine Läge in der Waffe, man. Der Lungert da eigentlich bestimmt. Wo ist der, Alter? Die waren vollen Schritte. Ich hab irgendwie das Gefühl... Der hat sich bestimmt irgendwo versteckt, Alter. Ja. Der Lungert. Mhm. Ja, bestimmt wegen seinem Kollegen. Er würde ihn wieder belegen. Ja, aber auch das ist ja wieder merkwürdig. Ein einziger, oder was? Hm? Da schießt man schon. Da hinten, bei denen. Jo, hinten. Jo, hab ihn. Aber ich glaube schon, dass es so ein bisschen laut war. Jetzt konzentrier dich lieber. Nicht so viel blabbern. Schnauze. Ey! Wo klaust du, Bro? Trittiger Ratter. Trittiger Ratter. Ja, aber wir haben trotzdem auf dem Board. Eine blaue Waffe liegt hier auch. Oh. 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 Bootsschelung. Äh. Kopfgeld läuft noch. Hä? Wie Kopfgeld läuft noch? Wie Kopfgeld läuft noch? Hä? Ist doch gar nichts. Ja, ja doch. Sind sie beiden zum Presort schon? Das ist die Frage. Hä? Du bist echt ein Schlammer. Ey, der ist doch oft, Mann. Waaat. Wo? Äh. Davon hab ich ja gar nichts mitgekriegt. Sind sie rüber, oder was? Lass mir was übrig. Da ist gar nichts, Bro. Wie? Bist du Sterne? Schon alles geblündert? Ja, komplett ausgebüxt. Äh. Wir wollen hier drin. Huh 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 huh. Das ist paar tears Wir Gel repet. 诶. Äh. Die gehen schon rüber. Wir sind zu wahnsinnig. Ne, du gehst uns zur Insel, die ist direkt hier voraus. Bro, die Insel existiert ja schon, weiß ich nicht wie lang. Das sind zu einer Million Prozent. Ich geh mal gucken, Jungs. Wenn ich daumen bin, nachher holt mich. Vergiss es. Nee, safe. Kommt rauf. Hey, wo ist safe? Schüsse rüber. Aber auf der Insel ist keiner. Das sind noch mehr Schüsse voraus. Ihr könnt auf die Insel, da können wir von hier oben die Wechsen ein oder so. Ja. Ja. Hier ist safe. Schneller. Hä? Die Flagge dauert zu lang, ey. Oh, ich hab die Flagge eingehauen. Ja gut. Boah, golde Waffen, Jungs. Oh, hier über die Insel. Oh mein Gott, sind das viele. Uff, was für Waffen. Boah. Geht der ab hier? Alter, lila in der Pump kann sie sein. Leine. Okay, ich bin los. Down. Okay, liegt hier irgendwas noch? Ach, schon mal voll, die ist gut. Hat ein Blue. Ja, es kann noch nicht gewesen sein. Mal 17. Oh. Oh. Ich bin oben. Ich bin oben. Ja, die habe ich schon. Ja, hier ist noch ein. Alter, man kann sich hier nicht. Was ist das? Was ist das? Das ist immer. Nicht klauen. So, wo gehen wir hin? Nein, Jungs, doch nicht so schnell. Nein, eigentlich haben wir zwei. Ja. Immer locker bleiben. Eher Überblick verschaffen. Aber bleibt in Bewegung nicht, dass sie sich da wechseln. Nicht so viel Kopf raus halten. Wir müssen ja wissen, wo die sind erstmal. Okay. Und vielleicht haben wir gleich Glück, dass irgendwelche aus der Zone rausspazieren. Ja. Ey, da sind zwei zum Hüpfen. So. Hier gibt es nichts mehr. Leer. Shit. Hast du Sniper, Bro? Ja. Doch. Doch, ja. Aber ich habe noch zwei Schuss. Das ist mein Problem. Wie schießt du? Schnell Hilfe. Ach, hier ist er. Wo sind sie? Ey, das ist aber komisch. Ja, das ist eigentlich dumm, was wir hier machen. Jungs. 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 Also, er will pushen gehen. Okay, und da ja. Ich muss nur helfen. Du pushelte, du LMS. Aber es könnte genau so eine riesige Falle sein. Hm? Am Fluss. Mal an die Erde. Du, du? Was? Okay, ein. Der Rack. Jo, sniping. Aufgepasst. Swiper. Jo, ich hab rein. Sniper unter dem Felsen am Strand. Shit. Äh. Jo. Sniping. Dreck. Das ist alles viel zu hoch, eigentlich. Fuck. Scheiße, der kommt, der kommt, Bro. Was seid ihr denn? Da unten. Dreck. Der hat nen Sniper, Mann. Der ist gestorben in der Zone. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist gut. Weil, wie gesagt, der hat nen Sniper. Ich glaub, die anderen sind da oben, ja. Komisch. Scheiße, Mann. Aber die müssen ja zu uns. Das ist gut. Ein Kollege ist von uns da oben und sniping. Links. Oben. Sniper. Links. Müsste schnell helfen. Ja, oh. Ja, oh. Ja, oh. Vorsicht. Scheiße. Ich hab die gesehen. Die sind da oben. Ey. Ey, das bleibt schon drauf nicht. Ja, sag ich doch. Fuck. Alter, der hat mich erwischt. Oh mein Gott. Der ist gefährlich, Alter. Jo, hinter uns ist einer. Jo, Krone. Jo, schnapp sie. Hab ich. Jo, Sniper. Jo, 110 hab ich den einen verpasst. Jo, Headshot. Jo, Headshot. Scheiße. Nochmal 100 Zehner. Jo, down. Jo. Jo. Ja, Krone win. Danke. Jo. Ich hab ihn geholen. Headshot. Ne, nicht Headshot, aber mit Sniper hab ich ihn. Puh, ich glaub ich kann gut snipen, Bro.